Heyo Leute was geht und willkommen zu einer neuen Folge von Rainbow Six Von Minecraft Ich hab Rüstung Eine neue Folge von mir Rainbow Six Ich hab Rüstung Mit Marco und mir Hallo Marco, wie geht's dir? Mir geht's super, danke deiner Frage Ich hab Rüstung, nicht du Mord Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du blauen unter Alkohol in der Fluss stehst? Ne Hauptsache an der Studio geht's gut Die Indy-Cars sehen doch seit 30 Jahren gleich aus Und wir spielen eine neue Folge Ranked Eine neue Folge Ranked, Digga Folge Ranked Mit den gleichen wie die letzte Runde Gleichen von der Tankstelle Ich würd sogar fast überhaupt ein bisschen selbst Sind das hier diese Bilder mit dem Schwarz-Weiß Wie war das noch mit unserer Bezahlung? Was? Ich dachte er saß Beziehungen Die sehen besser aus, ich auch Haben die immer noch diese hässlichen Flügel dran? Ne, der hätte mich ein bisschen geändert Frische Mode aus Paris Maul Ne, warum ist die aus Keramik? Warum liegt der Stroh? Wieso hast du eine Maske auf? Na dann Hast du eine Mütze auf Warum haben wir 30 Grad? Wieso liegen die Westen nicht mehr da wo sie waren? Wenn du keine kriegst, die hab ich kaputt gemacht Das war die Rache von vorhin Wow Wow Krasseste Rache da immer Wenn meine Hälfte zerstört hast Wollte die Rache Hä? Weil du mich umgebracht hast, wenn wir einen Helm wollen Ja leider ist der Helm kaputt gegangen Ja Anti-Made Das ist jetzt schon Spiel Anti-Made Ey Ja ja Anti-Materia, Anti-Materia Ey ich wollte... Junge Max ich hätt' ich fast erschossen Schönen es einen Rapper Material Material Musik Material Joach nicht mein Material Ist schon mein Material bei meinem Block? Kninn ich nur nix Wenn die anderen Tyse sind Oh die haben ne Twitch, so wie die sich die anderen hört Komm zu Dir Nur sofort bewegen Marcel Wo hier ist einer? Ich kann nicht plötzlich auch gehen trem bleed Was macht die denn da, Alter? Moin Ja, die haben ne Twitch mit ner DMR Ach, die haben bereits nen Headshot Ja fast Alter, der rastet voll auf Boah ey, voll die Freche halt Machst du? Oh Ja, jetzt hab ich den Dax Das bringt nix, das bringt nix Na Ja, du willst da liegen, dass er macht jetzt kaputt? Na Ja, aber hier ist da nicht Einer ist oben, ich hör's doch Rapplikum Äh, willst du den Gekorte? Ey, mein Gott, Alter Was rusht denn dieser behinderte Ja, der Level 245, Alter Wenn ich sowas schwerer sehe, Alter Ihr könntet die Twitch jetzt auch Na, geht zu spät Weil zwei waren über euch Was da drinnen ist aufgegangen Passt du auf den Sniper auf, der hat die Ja, okay, es tut Soll ich für Musik sorgen? Na, Mann Ah, Twitch-Runde Alter, bin ich erschrocken Und die Twitch-Runde, Marcel 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 Aua, aua Alter Rat mir, weswegen ich langsam geschossen habe, Max Und hinter uns ist alles offen, nur so, by the way Egal Hinter uns Muss Max hier sowas in so ner Runde machen? Da kam ne Drohne rein Der hat wie nen Ausflas hinter uns Einer ist unten Unten an dem Ash ist unten Ey, Valkyrie bitte nicht raus Auf den Stairs weg Da ist der Laser, wie du siehst Ja, bitte nicht rausfaschen Die ist wieder nach rechts auf die Stairs gelaufen Ah, okay Fuck Er ist jetzt In der Tür Marco, naaa Einer ist down Einer ist down Lass ihn, lass ihn Nice Nice, Marco Marco Ey, das war nicht nur Marcos Verzieses, Leute Ja, doch schon Der wollte auch ein Pilz blauen Da hieb'n down Weg holt Go, Mann Spray hier Wie sagt man? Spray Spray, Spray, Spray Spray, Spray Spray, Spray Spray, Spray Spray, Spray Ich kenn nur Spray Wired Ich will zahlen Oh, oh, oh Das war gut, oder? Also passt mal auf diesen Depressionate auf, Alter Dann hab ich ihn weggeholt Vielleicht ist er Depressionated Meinst du, er kann nix? Der wird locker, äh, spawnpicken Ja, vielleicht aber auch nicht, was Ich hoffe nicht schlechten Witz Ich krieg' keine Luft Aber graut damit, er zusteht Doch, okay Machai is incoming, wa? Wieso? 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 Kennt ihr das? Wenn ihr denkt, ihr kriegt keine Luft Dann fällt euch auf, ihr vergesst zu atmen Ja, kenn ich oft Wir können ja mal eine Runde spielen, wo wir nur MGS spielen Echt? Was? Im Glied? Im Glied spielen? Im Glied Runde Ja, aber Dann halt ein bisschen kinderfreundlicher Mit Teletuppies Mag Mag Ja Was? Jetzt war's glaube ich so ein komischer Jäger oder so Was, ob man auf Pornhub mehr Geld bekommt für die Werbung? Ja Ja Alter, ich lade meine Videos auf Pornhub Ja Leute, willkommen zum Pornhub Du kriegst aber auf Pornhub halt nur auf deinen eigenen Content Geld Also nix für Ja, welchen Content willst du denn dort noch Geld haben? Ja Du kannst halt nicht so wie auf Youtube Musikvideos hochladen und damit dann halt kurze Zeit rum Ne, Schwachs geht auch nicht Geht schon irgendwas auf? Ne, nevermind Ja, da oben Ja Unten, oder? Ja Unten ist was aufgegangen hier Okay, aber ich will fussen vorher Bevor irgendwo was aufgeht Hallo 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 Machen sie beruflich, bevor sie leider Pornhubs gemacht Und streamen sie da? Cisco Wär mein Job, Alter Passt du Pornhub irgendwelche Spiele streamen Ja, ohne Scheiß Das ist das Geschäftsmodell, dann muss ich auch mal Juuu Mira steht im Gang Mira kommt jetzt zu den Coast Guard Stairs Oder auch nicht Oh Was habt ihr denn da drüber? Ich dachte ich treffe diesen Gabelstabler Wie viele sind da eigentlich von den Leuten? Aber der Typ springt ja nicht, der fällt ja nicht Voll der Mongo Don't fuck with my heart Oh Schön, dass ihr die Camps ausmacht Gernlachubidau 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 NUMORO 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 Und ich NUMORO Ist Clear da drin? Ich weiß nicht, ich bin nur in dem Nebenraum Geh mal weg hier, ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Ja, krasse Idee, Digga Hätt mir jemand sagen können, dass es da offen ist Da ist offen Danke 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 Das ist noch nicht wie geschlafen Auf den Schock NUMORO NUMORO 100 weg Oh Gott mein Aim Aber links war die Wand offen gemacht worden JA Fick nicht ins Team Alter Da war ich hab keiner rein Juhu Ich bliege Ach komm, Alter Als ob ich letzter war Ja du hast da Als letzter Was hat Spaß dir? Ja ihr seid reingepusht Ich war unten im Kellereingang Kostet irgendwo hin Ich geh rein Natürlich kommt dann der Dock raus gepusht Dann Nicht der Dock da, wo noch keiner im Raum ist Nein Dann Ja Ähm 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 Ich will jetzt erst noch mal Särsch Ähm Ähm Oh, geh mal hin Den Arnos, hä? Crazy is who does crazy things Äh, ja Wir wählen einfach mehr Räume Dann haben wir mehr Auswahlmöglichkeiten Alter, wisst ihr was fehlt? Es fehlt Musik, die ich laut halte mit Contested, genau Hahaha Oh Gott Moritz singt Dann Oh, jetzt Wir müssen den BIO gefahren Warum Sind wir hier?! Manso, ich fahrt, kann ich den anderen fahren Wer Wollt noch Welcher behinderte Mist-Sack hat die ausgewiesen? Ich fahre Ich fahre Bin ich fahre Behinderten Raum gibt's nicht mehr oder? Keiner von euch hat was gesagt, der soll mich einfach irgendeinen Raum angekriegen Ja ich auch Ich wollte Ich wollte ein Map Office äter Seid ihr behindert Wenn die so einen Sniper im Gegnerteam haben, dann geht man natürlich in den offensten Raum der Welt. Was ist denn da ran? Ich guck da was. Kann ich? Aua! Hast jemand ne Schrotgang? Ja, mit ne Hose. Die Drohnen der Gegner hat den Bio-Gefahrgut behält. Also die kommen schon mal nicht von der Seite. Mein Fuß ist eingepennt. Ja, weg ihn. Oh, mein Gott. Mach bitte nicht zu ihr, ich will noch raus. Ja, Flo haut immer wieder mehr Punchlines raus als die Bibelseiten. Wollen wir noch einen Reinforcen oder sollte man noch einen Reinforcen? Unten kommen die Gegners, da ist grad ne Tür aufgegangen. Der Glash schießt genau das Fenster wo ich stehe, alles klar. Wo ist denn, wo steht denn der? Wo steht denn der? Wo steht denn der? Wandern Dach. Ja wo, rechts oder links? Ist das auch Marcel? Ja. Nur ein kleines Lock. Lock? Dann nehmen wir irgendwie einen Ping, rechts oder links von dem... Oh oh. Ciao Marco. Wow. Ich hör den halt, aber ich weiß noch nicht, ob wir rechts sind. Ja, du könntest mich retten, ich bin hinter dem Schild dauernd. Ich komm leider nicht hin, weil der Fenster offen ist. Du kommst vorbei, da muss ich uns trauen. An jemand anders vielleicht, in einem anderen Raum. Moin. Achter Schie. Ja, natürlich, ist okay. Flüchtling. Tja. Moritz. Moin. Marco, du hättest da drin schon die Stellung. Achtung, links ist offen. Ah! Wo? Da, ist Blackbeard. Komm, klasst mich durch. Ich rette dich, Marco. Da ist ja nur ein Sniper. Ah, wer hat dir zugemacht? Dann leg dich doch hin, Alter. Ihr seid wahnsinnig. Ihr seid zu dumm, ey. Das macht denn da eine Kasselwanze. Ich bin nicht Kassel. Ich bin nicht Kassel. Marco ist Kassel. Eigentlich musst du dich dafür liegen lassen, ne? Ich wollte, dass du stirbst. Ja, lass dich dafür liegen, Alter. Ah, da ist jemand. Ja, klar ist da jemand. Warum ist da jemand? Oh, weil da Blackbeard ist. Das ist ein Chaos hier, Mann. Ihr sagt doch, dass Blackbeard ist, bevor ich geguckt habe. Ich wusste, dass du... Ich hab doch vorher gesagt, dass du geguckt hast. Hauway kommt was. Hauway ist was. Hauway ist was. Äh, Frost, da kommt jetzt was an die Tür, ne? Der Sniper ist das. Was? Und was schießen die denn überhaupt? Guckt jetzt rum. Von unter und. Von unter und. Von unter und. Da kommt ne Drohne. Ja, was? Masseg kriegt den immer. Sei vorbereitet. Einfach warten. Einfach warten. Einfach warten. Halt auf. Nicht hinlegen. Nicht berühren. Der gefällt ihm meine Falle. Ja, nein. Einer kommt. Der ist, der ist, der ist. Ja. Da ist er. Ja. Ein Gegner übrig. Der wollte in meine Falle springen. Springen. Marco lag auf. Alter Marco. Hatte dich so was von eigentlich umgebracht? Ich stand auf einmal vor der Karte. Ja, du rennst auch in den offenen Raum rein. Es ist selber schuld. Ja und. Da war ein Loch in der Wand. Ich hab gedacht, wenn ihr alle wisst, dass dein Loch in der Wand ist, dann würde ich doch helfen. Drei Stimmen auf einmal. Ich werde überstimmt. Das ist bitte. Vor allem Max rennt als Rook in den Raum rein, Alter. Ja, sorry, dass ich wenigstens versucht habe, einen zu retten. Sorry, du wollen. Ja. Aber man rennt doch nicht so in den Raum rein, Alter. Ja und? Wie hätte ich sonst reinrennen sollen? Von der anderen Seite, wo zwei Leute an Fenstern standen? Ja. Nächstes Mal rette ich dich trotzdem nicht. Einfach jetzt aus. Im Prinzip. Eigentlich hätte ich mich einfach jetzt mit dem Arco Einbacher schießen. Das war ganz krass. Wäre am besten die beste Lösung gewesen. Weil es ist natürlich geil, weil man noch ein Teammate weniger hat. Naja. Der war ja sowieso down. Ich wäre fast gestorben wegen ihm. Ich habe noch zwei Geist gemacht. Das kann ich sagen. Ja, weil ich dich gerettet habe. Naja, aber wenn du mich nicht gerettet hättest, hättest du mich gerettet. Oh Gott, wir haben die Hut. Nein. Wir haben nicht das selber hingekriegt. Was ist das hier für Aids? Glaube ich auch nicht, du bist hier so ein Gott. Ein Super Saiyan. Gehe ich denn hin? Bitte erlöst mich. Bitte erlöst mich. Ja, alle rettet. Ohhhh. Du bist doch gar nicht mute. Wieso? Sieht doch schön aus. Scheiße. Einsatz in 10 Sekunden. Scheiße. Scheiße. Wieso spiele ich eigentlich Sledge? Keine Ahnung. Obso wir haben keinen Termite. Wozu? Nein, ich bin besser als Termite. Du kannst trotzdem von oben gehen, da kann ich futzen. Wenn einer mitkommen würde. Ich komm mal mit dir. Da bin ich nichts zu verlieren. Da ist schon jemand am Spawn killen. Sind die da wo wir waren? Ne, als sie unten drunter. Das ist doch wo die sind, Alter. Das ist ein fettes... Weil die hier oben reinforce sind. Das wundert mich das so ein bisschen. Aber die werden von oben verteilt. Vermut ich noch. Sind die dumm? Ja. Hä, wo ist der denn? Wird lag drin oder? Ja, guck doch einfach die Killcammern und dann sagst du mir am besten. So sind die Killcams, Florian, existieren nicht an unserer Welt. Hat einer schon oben geguckt? Ne. Guck grad um. Einer hat oben geslapft. Merri, hab ich aber nicht gesehen. Also einer ist oben. Da. Den Dank der Dock ist oben. Hier unten ist Badit. Ne, was ist ein Jäger? Sorry. Wer sitzt jetzt hier? Jäger sitzt auf den stairs. Wo ist der? Ja, der war bei der anderen im Raum. An der Tür. Dock hat sich geheilt. Hä? So unten. Dock ist immer noch da. Deiner ist jetzt noch hoch. Ja, da sind zwei. Ja, komm ey. Sag's doch mal ein bisschen drüber. Da ist halt nichts mehr. Versuch da drüben reinzufusen. Ich hoffe, die sind da noch. Hier ist Dock. Ja, ich hab grad wen aufgehoben. Ich versuch mal mein Glück. Vielleicht kriege ich ja einen. Ich bin aber auf den stairs, Marco. Hier, hörst du ihn. Ich hab ihn gesehen. Hör mal. Ja, genau. Natürlich. Ja, genau. Das ist mein Scheiß. Das ist äh. Wupp. Ja, genau. Ja, komm. Push dir raus. Da ist ja keiner mehr hier. Da sind wir so nachgeladenes Trotteln. Da sind wir so nachgeladenes Trotteln. Hähh. Ja, natürlich, Alter. Pull davon bekomm ich einen Assist. 40 Sekunden. Der Kessel hat eigentlich nichts mehr. Ja, es sei denn, er wurde geheilt. Unvermutlich. Der ist unten, der ist unten, Marcel. Durch den Dropper. Oh Gott! Du kommst auf die Tür, Marcel. Der müsste runter, ne? Oder hast du ihn gekriegt? Nee, ist er nicht. Der Kapkan ist doch da unten. Das ist Kapkan! Hinten wir! Ja, nimm doch die Waffe, Alter! Die Waffe. Nimm die Waffe! Die Waffe ist leer, was soll ich denn? Nimm doch die Waffe! Warum lädst du denn nicht nach? Nimm doch die Waffe! Ja, ich lad nach, wenn hinter mir einer noch im Raum ist. Guck mal, da liegen wir beide an. Warum will ich einen an der Raketenwerfer? Der kann wegsprengen. Das komplette Haus am besten, ne? Also ohne Scheiß, anstatt dass Max einfach den Liedern tötet, macht er da Pilates. Pilates, Alter. Ich musste den Kapkan-Draht wegmachen. Ich musste in den Raum, es war keine Zeit mehr. Ich hab aber die Wunde echt verkackt, Karla. War doch fünf Sekunden, da hab ich doch keine Zeit mehr, nach dem Gegner zu gucken. Es befindet sich in so einer dummen Facebook-Gruppe, der Max hier. Man hat doch gehört, dass links und rechts einer kommt. Weil es zwei sind. Ja, hab man gehört, echt so ein Witz. Ja, ach nee, trotzdem musst du erstmal ein Kapkan-Draht wegmachen und dann in den Raum rein. Ja, hast du doch geparkt. Hast doch durchgelaufen. Ja, boah. Ja, und Karla hat doch wenig Leben gehabt und du hattest noch zehn Schuss. Ja, weil es heute so, drumherum ihr Kicks, wart doch alle tot. Na eben, Kicks. Genau, du Kussi hattest es vorhin auch nicht geschafft, du Trainer Kack. Ganz wohl. Kann hier nix werden. Jetzt kann hier alle Toys sein. Jetzt kann hier alle Toys sein. Und wie war's bei euchs Wetter heute so? War ziemlich kalt und hat geregnet. Ja, es hat geregnet und es war warm. Hat das erste Mal seit langer Zeit von der Jagd wieder an. Ich hab immer noch kurz Bein an. Persönlich. Ich mag Kurzbein. Kurzbein magst du alles nach. Passt auf, sie wollen wir ja von unten durchstehen. Was magst du Marcel? Kurzbeinhosen. Kurze Hosen auch genannt. Kurzbeinhosen. Geht hier voll außerirdisch. Kurzbeinhosen. Kommt ja auch mal Marcel. Ey, ich find nix auch da. Marcel nennt viele Dinge anders. Marcel ist anders. Auch den Thomas nennt er anders. Oh Gott. Der war geil. Der hätte von mir sein können. Ich hätt mir diesen Joke meiner Oma. In Ruhe. In Ruhe vor der Sache. Danke, danke. Im Professor Doktor Gempler Cake. Knauze, Mann. Marco, ich krieg wieder Gitsch ab. Trotzdem funny Witz zu bringen. Ja, das ist viel Arbeit. Viel Humor. Das hat Markus-Oskar-Rede. Viel Konzentration. Und natürlich auch das bügende Maß an Epicness. Hier oben kommt einer rein. Oben kommt was. Oh, da macht einer Sachen. Alter. Zwei oben. Zwei Minimum. Die wollen alle oben rein. Alle? Hier ist Fenster auf. Alle? Also hier, hier. Der Raum hinten ist schon auf. Ja, ist einer tot. Ja, pass auf. Oh, ich werd von Jekyll verfolgt. Jetzt kommen nicht alle bitte hoch. Also zwei rein. Ich glaub ich hab Fuse. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube. Deckel muss bei euch unten sein, wenn er mal eine Position hat. Da ist einer drin! Achtung, Max hinter dir! Ja, ich muss trotzdem ja abwämmen. Und wurde aufgemacht. Wo ist denn der Sledge jetzt? Ab ihn down? Ja, Position wohl. Wo ist denn der scheiß Sledge? hab ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab ich ja komm da mal wieder drin alter natürlich überlebt er das oder was das ist das falsche draußen das ist ja nicht einmal getroffen ja wie viel überlebt denn der schakal ist dauernd oben ja ganz ruhig sind nur noch zwei scheißegal haben wir sicherung des behälter ms on point ja du hast nur dein ganzes magazin gebraucht ja da wird noch einer springen die werden da wohl ihren kollegen gerätzt haben jetzt defused jetzt defused marco oh nein die müssen aufs klo die jetzt ein ja jetzt hast du ihn du bist du dich bewegen bewegen keinem noch einer du bist ja links rechts oben unten oben links 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 hab ihn ha 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 Marcel aber 8 kills aber ich hab immer noch null ich wirst schon die ganze zeit aufs klo und deswegen bin ich so schlecht eigentlich ich denk komm noch was ja du bist gut weil du aufs taus musst ich hab immer noch null übrigens Ja, mach's ja jetzt. Mach's fertig. Fertig auf die Kills drauf an, Moritz. So lange wie es noch heilen schafft. Was haben die denn verteidigt? Die haben... Mein Klo verteidigt. Server. Die haben Server auch verteidigt, oder? Wobei, das wird grad ganz gut funktionieren. Nee, die können jetzt noch Server gehen oder Boote. Die werden wahrscheinlich Boote gehen, denke ich mal. Boote, Boote, Boote. Ganz viele Fälle. Schreibt man a little bit. Aber wo haben wir denn auf jeden Fall ein Thermal? Äh... Danke. Ich wusste ja... A little bit, ich hab grad überlegt. Okay, alles klar. A little bit. Ja, sind unten. Bootsvorräte. A little bit. Ich wusste auch nicht, wie das eine Wort auf Englisch heißt hier. Äh, für Angst. Angst. Haus. Äh, Ängst, Alter. Ängst. Bootsvorräte. Da ist ne Mute. Und einer mit voll... Ich lass's am besten von oben. Dann kann ich da fusen. Wohl vielleicht welche. Können wir jetzt bitte die Runde gewinnen? Ja. Danke. Ich bin alle mit von oben. Puschen. Alle oben pushen. Up-sale. Hm. Puschen. Puschen. Puscher B.A. 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 Nein. Mords macht jetzt S. Mords macht jetzt S. Ah, Wienfors ist schon mal... Nein. Nein. Du holst jetzt fünf Leute mit der Granate. Ich hab' gespottet. Oh mein Gott, ich hab' gespottet. Oh mein Gott, Jungs. Ja, weil Kyra ist hier nicht. Ich mein Feuer. Weil Kyra ist markiert. Oh mein Gott, ich hab' gespottet, meine Freunde. Von wo? Die ist aber nach hinten gelaufen. Ah, ich hab's ja gesehen, sie ist durchgerannt. Ja, wir haben. Wurde durchgerannt. Ja, den Gang. Nach unten, da wo Treppe ist. Ja, mach doch bitte alle Fenster auch. Noch mehr? Marcel, guck du mal. Dann schwenk ich mich rein. Ist oben clear? Äh, also bis jetzt der eine Raum vorne, habe ich jetzt nichts gesehen, aber der Prop heißt. Mal gucken, guckst du da unten? Ja, da ist jemand, in der Toilette ist jemand drin. Warum ist da auch? Ja, das hat Max, ne Moritz gemacht. Äh, jetzt kommt Vuk rein. Links, Tür. Vuk. Äh, der Kessel. Er ist an der Toilette. Armin. Ja, nice. Ich versuch die Treppe auch zu safen. Oben kommt, glaube ich, einer raus, oder? Äh, Marco, kannst du mich mal up-aimen, dann rech da rein. Ach, der kommt, der pusht, glaube ich. Ups. Ja, ach, ich guck grad nicht nach hinten, Alter. Komm, der ist doch die Toilette. Oder in der Nähe davon. Wo ist links ist der? Marco und ich sterben, wir brauchen dich noch. Ja, ich weiß. Okay, Castle down. Irgendwo ne Camp, irgendwo ne Camp. Normale Camp. Wo sind die Valkyrie? Ist die noch Onway? Der Gegner. Okay, der letzte Valkyrie. Huscht, einfach rein. Komm, easy. Ah, easy. Ich möchte dem Headshot geben. Oh, der Held, der Held, der hochalimiert. Tja, Marco halt noch. Der Gegner eliminiert. Sag ich doch, easy. Ja, schau, Marcel hat... Wie viele Kills hat Marcel jetzt gemacht? Einen. Gegen wieder. Er musste pinkeln, er hat einen Kills. Marcel hat einen gemacht, genau. In der Fall hat einen gemacht. So, jetzt bitte lobby gehen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Waymo6. Tschüss. Danke. Bis zum nächsten Mal.